So, das ist die Jade nochmal aus der Nähe. Ich hatte euch ja versprochen, ich zeige euch diese wundervollen Glitzersteinchen auf den Haken. Hier kann man die sehen. Also ich finde, das Detail ist absolut traumhaft. Die ist halt voll geklappt, ne, mit Haken. Und sie hat eben unten diese wunderschönen Blümchen. Das ist eine traumhafte Harfe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020